Alhamdulillahi wabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Ali radiallahu an, O Ali, soll ich dir einige Worte beibringen? Und Ali radiallahu an sagte, Tamam, mein Leben soll für dich geopfert werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn du mal in Gefahr stehst, oder wenn du befürchtest, in Gefahr zu sein, dann sage folgende Worte. Und zwar, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim, in Namen Allahs ala wa sallam as barmherzigen. Es gibt weder Kraft noch Macht außer Allah. Und wenn man diese Worte benutzt, dann wirst du auch in keinem Bedrängnis sein. Dann brauchst du nicht zu fürchten, dass du in Bedrängnis sein wirst.